Salut et bienvenue bei fit4franze. Beim Thema Beruf und Arbeitsleben steht in der Französisch Arbeit oft das Verfassen eines Bewerbungsschreibens an, eines lettres de motivation. Wie sammelst du in dieser Schreibaufgabe richtig viele Punkte? Was musst du unbedingt beachten? Das zeige ich dir hier für deine bessere Note in Französisch. Allons-y, los geht's! Dieser Kanal heißt Französisch für die Schule. Das bedeutet, ich helfe dir mit einem Lösungsvorschlag zur Schreibaufgabe genau das zu lernen, was wirklich wichtig ist. Bei einem Bewerbungsbrief, einem lettres de motivation oder auch lettres de candidature, wie er auf Französisch heißt, musst du nämlich grundsätzlich drei Dinge beachten, die dein Lehrer oder deine Lehrerin von dir erwarten. Erstens, ein französisches Bewerbungsschreiben hat Regeln der formalen Gestaltung. Welche das sind, dazu gleich mehr. Zweitens, du lernst beim Thema lettres de motivation im Französischunterricht typische Formulierungen eines Bewerbungsschreibens, die du unbedingt in deiner Schreibaufgabe unterbringen musst. Besonders dafür gibt es nämlich meistens reichlich Punkte. Und drittens, deine Argumentation, warum gerade du der geeignete Bewerber oder die geeignete Bewerberin auf den Posten bist, musst du schlüssig formulieren. Keine Angst, das ist gar nicht so schwer, wie du jetzt vielleicht meinst. Ich zeige dir gleich auch allgemein einsetzbare Sätze, die du immer gut anbringen kannst, um auf die Anforderungen der Stelle und deine Motivation einzugehen. Lies dir zunächst genau die Ausschreibung und die Aufgabenstellung durch. Markiere wichtige Passagen und mache dir vorab notizen zum Bewerberprofil. Ein Camping in Antibes recherche jungen Allemand oder Allemand für ein Stage de 2 Monate, en Juillet-Aupte 2023, à la Reception. Profil anglais et français, être ouvert, aimer le Kontakt avec le public, esprit d'équipe. Wir nehmen hier also an, es geht um eine Anzeige eines Campingplatzes an der Côte d'Azur, der für nächsten Sommer einen deutschen Praktikanten und eine Praktikantin, ein oder ein Stagiaire für die Rezeption sucht. Die gewünschte Person sollte neben der Muttersprache Deutsch, Französisch und Englisch sprechen und klar, natürlich immer freundlich und gut gelaunt die Gäste in Empfang nehmen, offen sein und über Teamgeist verfügen. Beginnen wir mit den Formalien. Wenn du ein echtes Schreiben am PC entwirfst, sollte es auf eine DIN A4-Seite passen. Lisa aus Bonn würde sich über so einen Job im sonnigen Südfrankreich freuen. Lisa schreibt ihren Absender Les Cordonnés oben links hin. Wir gehen davon aus, dass Lisa einen Lebenslauf mit weiteren Daten zu sich selbst ergänzt hat, der könnte oder sollte bereits in der Aufgabenstellung enthalten sein. Die Anschrift des Arbeitgebers, l'Adresse du Destinataire, die steht im französischen Brief darunter ganz rechts eingerückt, also so wie hier. Direkt darunter, Ort, Datum, Lue et Date, Bonn, Le 20 Oktober 2022. Denke dran, beim Ersten ist es immer Le Premier, eine Ordnungszahl, ab dem Zweiten ist es immer die Kardinalzahl, Le Deux, Le Trois, Le Quatre. Jetzt der Betreff, l'objet de la lettre, Candidature à un poste de stagiaire, Bewerbung auf eine Praktikantenstelle. Gehört immer dazu. A un poste de deux ersetzt du durch die Bezeichnung der Stelle. Ich kennzeichne die Textpassagen, die typische Formulierungen eines Bewerbungsschreibens enthalten, hier gelb. Auf unserer Webseite www.fitfurfranze.de haben wir für dich ein PDF zum kostenlosen Download hinterlegt, wo du Formulierungen mit Alternativen dazu nachlesen kannst. Das Sprachniveau sollte dem offiziellen Anlass eines Bewerbungsschreibens gerecht werden. Madame, Monsieur, so schreibt man eine offizielle Anrede. Auch möglich ist Madame, Monsieur, wenn du den Adressaten nicht namentlich kennst. Bitte schreibe nicht Salut oder so etwas. Das gehört nicht in einen offiziellen Brief. Neben der Anrede hast du hier schon eine wichtige Formulierung kennengelernt, die du unterbringen musst. Der Satz bedeutet so viel wie Bezug nehmend auf ihre Anzeige im Internet erlaube ich mir, ihnen meine Bewerbung auf die Praktikantenstelle zu senden. Ja prima, damit ist der erste Satz schon geschafft. Ein entspannter Start in eine Schreibaufgabe in der Französischarbeit ist immer wirklich enorm wichtig, damit du nicht schon am Anfang nervös wirst. Deshalb ist wirklich mein Tipp, lerne diese Formulierungen und Sätze auswendig. Umso entspannter gehst du dann schon in die Arbeit rein und das ist immer ganz, ganz wichtig. Jetzt folgt die persönliche Vorstellung. Je suis Salmande, j'ai 17 ans et je suis lycéenne du Beethoven Gymnasium à Bonn. Je passerai mon baccalauréat l'année prochaine. Ich bin eine Deutsche, ich bin 17 Jahre alt und ich bin Gymnasiastin im Beethoven Gymnasium in Bonn. Ich werde im kommenden Jahr mein Abi machen. Diese Infos kannst du meistens schon der Aufgabenstellung entnehmen. In diesem Fall wäre also der Lebenslauf von Lisa beigefügt. Je suis lycéenne. Achte auf den Unterschied zwischen männlich und weiblich. Lycéen, lycéenne. Du kannst auch schreiben, je suis élève. Ich bin Schüler oder Schülerin. Élève kann nämlich männlich oder weiblich sein. So, jetzt hast du schon etwas über dich geschrieben. Jetzt will dein Lehrer, deine Lehrerin lesen, warum du die Stelle gut findest. Deine Sätze kannst du logisch verknüpfen mit Danach möchte ich einige Monate in Frankreich verbringen, denn ich mag Sprachen sehr und ich habe ein ziemlich gutes Niveau in Englisch und Französisch. Ce stage me permettrait donc de faire des progrès en français. Dieses Praktikum würde mir also erlauben, Fortschritte in Französisch zu machen. Du kannst auch schreiben, ce stage me permettrait d'améliorer mes connaissances en français, also meine Kenntnisse in Französisch zu verbessern. Oder, ganz besonders, auf die Stelle ausgerichtet, le travail que vous proposez m'intéresse beaucoup parce que j'aime le contact avec des gens. Die Arbeit, die sie vorschlagen, interessiert mich sehr, denn ich mag sehr den Kontakt mit Menschen. Achte also darauf, dass du nicht immer le stage schreibst, sondern als Synonym le travail, die Arbeit, le poste, die Stelle. Bitte nicht le boulot, das ist umgangssprachlich eher der Job. Du siehst, mit diesen Formulierungen kannst du schon viel anfangen, aber du kannst Wörter austauschen, wenn es zum Beispiel um einen Job als Au-pair oder als Betreuerin, als Monitrice zum Beispiel während einer Kinderfreizeit einer Kolonie de Vacances geht. In dem Fall könntest du schreiben, j'aime m'occuper des enfants oder wenn es um einen Job mit Schwerpunkt Sport geht, j'adore faire du voler, du tennis, de la natation, was auch immer. Du siehst, du kannst Sätze hier modulartig austauschen. Oder du schreibst, auch das funktioniert immer, c'est pourquoi je serai heureuse de travailler pour vous. Deswegen bin ich glücklich, wäre ich glücklich für sie zu arbeiten. Donnez des Informationen Touristen in Deutsch, Englisch und Französisch zu geben, würde mir keine Probleme bereiten. Jetzt begründest du dies durch deine Erfahrung. Wohlgemerkt, du kannst dir in einer Schreibaufgabe auch was ausdenken. Es geht nicht um deine wirklichen Erfahrungen. Vermeide aber Wiederholungen, wenn du schon an anderer Stelle etwas erwähnt hast. Der Hinweis auf ein früheres Schulpraktikum wäre vielleicht hilfreich. J'ai déjà travaillé à la réception d'un hôtel à Bonne. Ich habe schon an der Rezeption, also am Empfang eines Hotels in Bonne gearbeitet. Ce stage de deux semaines m'a permis de communiquer avec les clients. Dieses zweiwöchige Praktikum hat mir erlaubt, mit den Kunden zu kommunizieren. Oder du könntest auch schreiben, de connaître les différentes tâches d'un réceptioniste. Die unterschiedlichen Aufgaben einer Rezeptionistin, also einer Empfangsdame, kennenzulernen. Wenn dir das zu kompliziert ist, kannst du auch schreiben, j'ai beaucoup aimé ce stage, car je pouvais travailler en équipe. Ich habe dieses Praktikum sehr gemocht, da ich im Team arbeiten konnte. So etwas passt hier bestens, da ja der Esprit d'équipe, der Teamgeist, gefragt war. Jetzt könntest du auf deine Verfügbarkeit hinweisen. Je pourrais commencer le stage à partir du 1er juillet 2023. Ich könnte das Praktikum ab 1. Juli 23 beginnen. Oder du stellst noch Fragen. Combien d'heures par semaine est-ce que je devrais travailler? Wie viele Stunden pro Woche müsste ich arbeiten? Oder est-ce que je pourrais loger sur le camping? Kann ich auf dem Campingplatz wohnen? Um nun zu einem Ende zu kommen, wäre dieser Satz denkbar. Je serai heureuse de faire ce star chez vous à Antibes. Ich wäre glücklich, dieses Praktikum bei Ihnen in Antibes machen zu können. Oder j'espère que ma candidature retiendra votre attention. Ich hoffe, dass meine Bewerbung ihre Berücksichtigung findet. Retiendra ist das für dich simple von retenir. Oder du sagst einfach, j'espère que ma candidature vous interessera. Dass meine Bewerbung Sie interessieren wird. Jetzt folgt die Schlussformel mit der gleichen Anrede wie oben. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes Salutations distinguer. Unter den Text kommt dann der Name und Unterschrift. In Frankreich allgemein in den französischsprachigen Ländern liegt man in der offiziellen Korrespondenz sehr großen Wert auf diese sehr höflich formulierte Schlussformel. In einer Mail kannst du dich aber auch hier etwas kürzer fassen, ohne dass das der geforderten Förmlichkeit schadet. Du könntest da schreiben, veuillez agréer, madame, monsieur, mes Salutations distinguer. In einem deutschen offiziellen Brief würden wir mit freundlichen Grüßen schreiben. Wörtlich kann man die französische Schlussformel kaum vernünftig übersetzen. Sie bedeutet so viel wie, Sie möchten bitte meinen vornehmen Grüßen zustimmen. Aber das heißt schlicht und einfach mit freundlichen Grüßen. Aber wie gesagt, in Frankreich sind die Gewohnheiten da anders. Was natürlich gar nicht geht, wäre jetzt hier ein Aplus oder Grosbis. Die Bewerbung würde sofort aussortiert. Das geht nicht. Ganz unten drunter dann folgt der Verweis auf den Lebenslauf als Anhang. Du schreibst pièce jointe, c'est vrai. C'est vrai, so heißt der französische Lebenslauf. Die Abkürzung bedeutet Curriculum vitae und stammt aus dem Lateinischen. Pièce jointe heißt Anhang, wörtlich beigefügtes Dokument. Zur Vorbereitung deiner Schreibaufgabe solltest du also unbedingt die gelb unterlegten Formulierungen auswendig lernen. Nach dem Schreiben folgt die Fehlerkontrolle. Wenn du dir schon andere Schreibaufgaben von unserem Kanal Fit für Franze angeschaut hast, dann kennst du unsere Fehlerampel mit den Tipps, auf was du besonders Acht geben musst. Schau doch einfach dort nochmal rein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Formulierungen etwas helfen. Und wenn nun bald deine Arbeit in Form eines Lettre de Motivation ansteht, dann wünsche ich dir Bonne Chance. Schau dir jetzt auch die hier verlinkten Fit für Franze Videos an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über dein Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.